Ich muss Violet checken, wenn ich schon da bin. Ja, ich hab auch schon überlegt. Oh! Oh! Oh mein Gott! No way, Alter! Warum bin ich nicht eh nicht gegangen? Und ich hab mir noch gedacht, mei, wenn Violet drin ist, wäre jetzt bitter. G-Fucking-Z! Noch mehr Feind, das ist kein Skeff. Ab ihn! Ich muss noch einstellen für meine Function fix, dass das Double... ...dobere Dings ist. Warte mal, jetzt können wir das hier ausprobieren. Es ist eine null gemoddete M4 und das Ding schießt sich so gut wie eine gemoddete M4. Oh ja. Ist das gerade gelootet, Bro? Oho! Hier unten ist ein Red-Key-Kart-Spawn, Chat. Warte, ich zeig euch den mal. Genau hier. Wow. What the fuck is going on? Alter, mich hat zum Stuhl gefetzt. What the fuck? What the fuck? Okay, Babambo. Ah, ich bin zweifelst. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn das für eine behinderte Sache? Ganz ehrlich. Wie bin denn das das denn? Oh. Okay. Da war eine Mine. Da war einfach eine Mine. Warum ist da eine Mine? Warum? Warum ist da eine Mine? Nein. Muss nur einmal hier andocken. Na ja, ganz schön aufgesagt. Ja, da hat er gedacht. Man muss nur einmal andocken. Hast du den? Oh, oh. Ich hab's doch einen One-Shot gegeben. Oh. Bodenlos, Alter. Richtig bodenlos. wie viel frisst er wie viel frisst er haben dich wir haben ich das ist der crazy man von eben was ist das der crazy man also das sind die beiden die wir unten getötet haben oh nein jetzt sind die haben noch einmal die Beide können doch ich auch helfen, mir helfen wenn ihr weg. Ja. Runter gehen in die 3 und dann rechts um die Ecke gehen. Ein Player ist eventuell noch drin, man muss sich bedenken. Geh mal vor. Also bei mir steht ihr alle auf der Stelle. Entschuldigung, achso sie sind eine statische Leiche hier, das wusste ich. Wow 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 wow! Ihr habt mich nicht erschrocken, ihr habt euch erschrocken. Ihr seid doof, ich bin nicht doof. Jetzt ein Flash Drive. Das wärs jetzt. Boom. Das stimmt so gerade, ja. Oh, 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 oh. Das stimmt so gerade, ja. Yo, ich spawne. Ich spawne, krieg direkt nen Header. What? Ich spawne. 10. 10. Okay. Oh, ich glaube da hinten läuft ein PVC, oder? Ich weiß es nicht. Oh, der hat gar keinen Bock mehr. Oh, der hat gar keinen Bock mehr für diesen Vibe. Muss ich nochmal aufwurzen, das kotzt mich ja so. Was? Ich hab mich verschreckt. Alter. Okay, ich hab keinen mehr mehr. Ich hab keinen mehr mehr. Ich hab keinen mehr mehr. Passt hin. Da renn weg. Ich geh hin. Ich geh hin. Ja, ich hab keinen mehr. Ich hab keinen mehr. Der axtet dich. Du tritt geaxtet. Bitte doch. Robin, ich hab keinen Stamina mehr. Bitte ihn bitte. Robin. Der schenkt alles. Digga, was ist denn los? Digga, hast du ihn mit absichtlich gezählt, oder? Ich hab auch U-Lach und alles. So, wo sind wir hier? Man sieht nachts einfach besser als draußen. Schade. Aber war ein Double-Nate-Kill. Der war's mir wert, ich sag's euch, lieber zwei Nate-Kills für meine Grenadier-Quest. Als, äh, als ich da jetzt, ne? Genau. Nein, hab ich nicht. Ich hab keine Muni. Ich bin tot. Ich kann nicht nachladen. Ich hab ihn. Was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du denn? Das ist nicht passiert. Oh, geht's schon los. Ich hab, wo bin ich? Ich hab, warum bin ich auf Streets of Tarkov und nicht auf Shoreline? Hallo? Ich bin auf Shoreline gegangen. Was ist das für ein Bait? Bruder, der ist ja so schlecht. Was machen wir hier? Ein Glas aufschließen hier. Bleib hier. Hör mal auf. Ich hab den Schlüssel doch gar nicht. Du hast gesagt, du nimmst den mit. Nein. Ja, was machen wir dann hier? Ich hab keine Ahnung. Ich hab den Schlüssel nicht. Hä? Ich hab den Schlüssel nicht. Du hast gesagt, du nimmst den Dorn-Schlüssel mit? Ich hab den Schlüssel für die Person. Dann fix alles auch Kopforaden. Bis zum nächsten Mal machen. Bu